moin oder willkommen zu einer runde fortnite ja man die mucke ist einfach hammer da würde ich sagen waren wir uns bereit ich glaube den ladebildschirm kann ich mal ändern da wird auch ich habe die letzten fünf tage keine folge portnett gebracht da müssen wir noch mal gucken dass ich irgendwie jetzt ist kaum oh oh sehen alle darunter nein da geht einer meine richtung geht auch nein Infos Entschuldigung Entschuldigung Oh ge 반드 Hat Vielen Dank. 13 Schuss hab ich noch. Das mach ich da einiger Idiot. 14 Schuss hab ich noch. 15 Schuss hab ich noch. Ich glaub das ist ganz oben hundertprozentig. Die Kiste ist ganz oben hundertprozentig. Ja war klar. Das hat was gutes drin. Was gutes. Aber wir haben nicht gerade gute Waffen. Wir haben jetzt gerade nur zwei Pumps. 19 Schuss mit der Sniper haben wir. Da oben ist ja gut dann. Dann noch ein bisschen Zeit für Saison kommt. Wir können noch ein bisschen mehr looten hier auf jeden Fall. Nein hier liegt nur Müll. Wir kriegen nur noch Müllwaffen. Das ist gut. Da hinten. Verdammt wir haben. Zu wenig. Anker. Der Anker muss richten. Anker muss richten. Nice. Die Kiste ist ganz oben. Die Kiste ist ganz oben hundertprozentig. Und dann kommt die Saison. Schnell, schnell, schnell. Go, 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 go. Sie haben die Waffe verbessert. Lol. Nein, 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 nein. Der hat die Munition nicht mitgenommen. Nein, nicht im Ernst. Nein, nicht im Ernst. Der hat er erst auf die Munition nicht mitgenommen. Der hat er erst auf die Munition nicht mitgenommen. Ne, ne. Wir haben relativ wenig Munition auf jeden Fall. Ja, dann wollen wir die mal nicht von der Sauna erwischt. Ich finde, das ist dann auch einfach ohne was zu machen, das Level. Also, Erfahrungsboote gekriegt. Habt ihr ja gerade gesehen unten. Hier seht ihr. Ein bisschen Stahl mitgenommen. Ich will ein bisschen Muni. Zehnt ein bisschen Muni. was ich schon mal ein bisschen baumaterial auf jeden fall wie heißt parken verboten steht so ok hier war nie was und hier wird auch nie was sein hallo Das war's. 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 It's. Das war's. Das war's. Das. Das war's. 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 Nice. Das war's. Das war's. Das war's. Das war's. Ja ist klar. Mike hat doch ein Raketenwerfer gezündet. Alter, der hat drei, drei in Alleingang, Alter. Okay, gg. Sehr gut, gg. Okay. Next. Whoa. Sechs. Nice. Sieben will ich. Sieben will ich. Wow. Ist klar, Alter. Du in die Mauer. Du in die Mauer, Alter. Den hole ich mir jetzt. Den hole ich mir jetzt. Da gehe ich jetzt komplett offensiv ran. Der ist weg. Wo ist er zu pennen? Nein. Ah. Sechs. Nice. Nice Runde, Alter. Das war eine richtig geile Runde, muss ich sagen. Die hat mir Spaß gemacht, Alter. Die hat mir richtig Spaß gemacht. Oh. Ich würde sagen, danke fürs Zuschauen, Leute. Bis zum nächsten Mal und ciao.